Oh, weiter geht's. Ach, scheiße von links. Oh. So sollte das sein. Ah, falscher Knopf! Mann! Also eins muss ich sagen in diesem Video. Irgendwie läuft das Spiel, als wenn die irgendwas gemacht hätten. Ich hab keine Ahnung, oder der Story war richtig gut. Gegenüber von denen, wo wir sonst drauf waren. Dass das jetzt wirklich mal ein Unterschied ist. Das Spiel ruckelt nicht, gar nichts. Wie gesagt! Scheiße, ey. Von wo? Von hinten? Du Drecksau, immer von hinten. Allein kommen wir nicht rein. Haben wir noch irgendwas, die wir uns holen können? Haben wir noch nichts? Ich habe mich nicht mit dem K40 aufgeben. Gehen wir noch? Sieht mir auf! da Ja! Du, ich muss nicht mit dem K40 aufnehmen. K40 aufnehmen. Das hat nicht geklappt, schade. Das könnte man jetzt durchwerfen. Ach, Kacke. Wenn wir nur noch so'n kleiner gefehlt sind, ja, dann hätten wir, wäre er down. Mann, ey, ärgerlich. Was die H.E.s immer hängen bleiben. Da haben wir auf jeden Fall die Krieg ein. Buddy ist da. Boah. Wieder geheilt. Wie weit Kacke, wie es hier geübelt sein, als das Team hier ist. Total. Boah. Ja, warum will man weitergehen? Alter, was geht hier ab? Mit dem Weckhock, mit dem wir die Raketen abfeuern, genau, also. Ohohoho, guckt euch das an. Was macht der, Alter? 24-2. Das ist der krank. Dort gesichert. Verlierter Inspektor. Wieder irgendwas freigeschaltet. Nachladen. 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 Jesus. Wir haben sie nach Hause. Yo, wir hören uns gleich wieder. Tschau, Eloi. So, weiter geht's. Es geht los. Alle Sektoren besetzen. Greifen nördlichen Sektoren. Dort gesichert. Ach, lol, da steht er schon. Kacke. Perfekt. Ach, scheiße. Die Map habe ich nicht so drauf. Also, keine Ahnung. Ich finde die so ein bisschen. Ja, einen habe ich mitgenommen. So ein Scheiß. Ich habe einen Zug hier. Komm, 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 komm. Völligen, mittleren Sektoren. Dann geht's. Dann geht's. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Noch einmal. Ach lol, gerade beim Auflegen kriegen wir hier einen. Ach von da. Eieieieie, ich hab mein Geister gesehen. Du kleiner Sack mit Ohren. Der braucht vielleicht mal einen Schub oder so, anscheinend braucht der nicht. Barsch! Okay, da ist ein Bord. Da ist ein Bord. Da ist ein Bord. Ich habe nur ein kleines Püffchen gehört Ich habe nicht mal eine Animation gerade gehabt Buddy, Buddy, ich brauche Heal Ach, Scheiße Ja, auf jeden Fall komme ich heute Viel besser klar auf das Spiel Wie sonst Ja, der steht ja wieder richtig scheiße Da kommt sie nicht ran Hier müssen raus Also dieser Blackhawk weiß ich nicht Das ist Ja Schön ist Ach, Scheiße Auf jeden Fall Macht es mal wieder richtig Laune Metal auf vorne zu spielen Also das muss ich jetzt Wirklich sagen Bei den anderen Tagen Boah, Scheiße Ich habe mich verlaufen Ich wollte eigentlich wieder zurück Verlaufen Ich möchte Rückzug Kommt da oben war einer drin Ne, mein eigener Das ist so wie letztes Mal So Also langsam Ja, kann man sagen Dann können wir das gut hinterstehen Und das macht auch Übelst Laune Zur Zeit Nur, dass wir Norden nicht mehr haben Happy Oh Wieder so ein dreckiger Sniper Ich bin Sniper Komm, lass mich spawnen Verlieren mittleren Sektor Rücken fort zum nördlichen Sektor Danke, Mann Weiter so, wir gewinnen Wir haben Nordgesichert Mit dem Verroren Sehr geholt Lufttransport näher sich Kampfgebiet Wir haben Mitte auch nicht mehr Drücken fort zum mittleren Sektor Das ist unser eigener. Nächster. Ach scheiße, da kommt einer hoch. Das ist unser eigener.